Du kannst jeden Malgrad für die Aga verwenden. Wir nehmen mittelfein gemahlenen Kaffee und bevorzugen dunkle Röstung. Das bleibt aber ganz dir und deinem Geschmack überlassen. Wenn das Wasser kocht, warte noch ca. eine halbe Minute, bevor du den Kaffee aufbrühst. Dann nicht zu zackhaft aufgießen. Es kann etwas sprudeln. Eventuell musst du kurz warten, etwas rühren und dann weitergießen. Es entsteht eine Art Kruste. Diese soll durch Umrühren aufgebrochen und das Ganze gut durchmischt werden. Der Filter bleibt in der Kanne. Der Kaffee wird nicht bitter oder zu stark.